So hallo zu einer Stream-Ankündigung. Ihr seht, es ist noch der alte Text. Ich hab's auch gerade erst geöffnet. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich jetzt morgen streamen will. Ist auch ein bisschen spät hier aufzunehmen, aber es passt schon. Ja, was streamen wir morgen? Ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, hier, warte, so. Zack. Und dann können wir das ja so machen. W-Hack-Wip-4 oder so. Den hab ich auf jeden Fall noch nicht gespielt. Und dann vielleicht... Oh, jetzt. Haha, großartig. Kann ich das jetzt eigentlich? Oh Gott. Geht das jetzt rein? Ich weiß es nicht. So. Ach, jetzt hab ich's wieder runtergeschoben. Großartig. So. Ähm. Ja. Ja. Wie gesagt, ich hab noch keine Ahnung. Vielleicht machen wir auch was ganz anderes. So. Nee, ähm. Ja. Ich... Ich denke, wir werden auf jeden Fall Isaac machen, ein bisschen. Ich bin... Ich bin eine Katastrophe in Isaac, was die neuen Parts angeht. Es tut mir echt leid. Äh. Aber wir könnten auch SW spielen oder wir finden was anderes. Oder ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls... Wir streamen auf jeden Fall. Wir finden dann schon raus, was wir machen. Und... Ja. Danke fürs Zuhören. Ich freu mich, wenn ihr kommt. Auch wenn ich noch nicht weiß, was wir machen. Vielleicht quatschen wir auch einfach nur. Ich hab kein... Ich hab kein... Ich weiß es nicht. Ich hab jedenfalls jetzt nicht... Kein direktes Projekt. Vielleicht spielen wir Toho. Ich... Keine Ahnung, ob Toho läuft über OBS. Was weiß ich. Ich hab ja Toho nicht mal hier drauf. Ups. Vergessen wir das mit Toho. So. Danke fürs Zuhören. Jedenfalls sehen wir und hören uns morgen um 19 Uhr im Stream. Und tschüss. Jedenfalls sehen wir uns. Jedenfalls sehen wir uns. Jedenfalls sehen wir uns. Jedenfalls sehen wir uns. Vielen Dank.